Malte und hoi Leute! Der Gewinner steht fest. Das Makita Gewinnspiel ist hiermit beendet und der Gewinner ist xx. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß damit. Ob das mit Polieren klappt, muss man ausprobieren. Letztendlich ist die Drehzeit dafür zu hoch, aber kannst du es ja mal auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat. Viel Spaß mit dem Teil. Ich habe das gerade schon wieder zusammengepackt, ordentlich sauber gemacht nach unserem Einsatz. Scheibe ist dabei, zwei Akkus ist dabei, Ladegerät in dem Makita. Nimm Kontakt mit uns auf, schick uns deine Adressdaten, wir schicken dir Dinge zu oder du kommst uns höchstpersönlich hier besuchen. Unser Ding in Apokrissa und der CPM, meine Hörner Fritenschmäge von mir obendrauf und top. Viel Spaß damit!